Oh, hallo! Willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars 2 Ist mir gerade mal so eingefallen, so ein bisschen Blödsinn zu machen Ähm, wir waren in der Hauptstory stehen geblieben und zwar müssen wir jetzt mal gucken, wo dieses Dorf ist Hier drüben! Hier drüben! Verdammt, wisst ihr, wer es weg ist? Einen Täterport! Dann wären wir einfach auf dem Weg dahin in die Kesselsügel noch ein bisschen erkunden Ich habe ja schon gesagt, dass ich mal die Hauptstädte und so alles erkunden wollte, aber Naja Hab ich nicht wirklich geschafft Pro Level 5000 Achso, Soldatsilber! Alter Wie bitte? Ich hab's, ich Jetzt, jetzt hab ich das erstmal verstanden Er ist, äh, im BVW Rang 870 Mein Freund, das ist ja schon fast als hättest du kein Leben Als ehrlich, ich hab LL 25 Ah gut Die Ränge gab's auch erst kurz nachdem ich Ja So richtig Aufgehört hatte im BVW Ich hab früher gerne mal BVW gespielt, aber Selten und kostbar Ich weiß nicht, das war dann von heute auf morgen Hatte sich das dann mal erledigt? Stimmt, jetzt weiß ich, was ich letzte Folge machen wollte Nope, nope, nope Weg, weg, weg So Und wir müssen uns auf den Weg nach Osten machen Nice Ich denke mal, es wird dann ab einem gewissen Punkt einfach so sein, dass ich dann auch mal gelegentlich einfach offscreen ein bisschen level Weil, äh, ich hab's ja schon mal gesagt, ähm Das Erforschen von den Gebieten, das macht zwar Spaß Und auch die ganzen Quests machen Meine Freunde kümmern sich um euch Aber, wie gesagt, Städter erkunden und sowas, das möchte ich eigentlich nicht unbedingt aufnehmen Weil das find ich schon immer so als nervenzerfetzend und Langweilig, dass ich das nicht unbedingt aufnehmen möchte und euch damit quäle Ähm, wie komm ich jetzt am besten darunter? Ich glaube Oh ja, einfach ihr Hä? Ist hier noch ein Ne, war nur ein Grafikfehler Also Ein Fehler in meinem Gesicht Ich dachte, da hinten ging's weiter Vor, ich würde mal sagen, vor zwei Monaten war ich mit Tim hier Das war eine der Folgen, wo ich gepflegt hab Spring und bin gestorben Blöde Ateens Ich seh euch Darf man das? Jemand einfach sein Heim spielen? Gott Ich glaub, da gibt ne Quest Würdet ihr bitte diese Ateens aus meiner Höhle werfen? Ja, kann ich Wenn's nur drei Veteranen sind, dann machen wir das da gerne mal Wenn's wirklich Veteranen sind Oh, die kämpfen schon da vorne gegen die Rückzug Tutu Schlag sie ruhig ins Gesicht Na gut, zielt auf die Kniescheiben Jetzt sag mal die Woche Wo ist der andere Veteran? Die Ateens sind fort Endlich kann ich Heim Die Ateens sind weg Folgt mir Ihr bekommt eine Belohnung Ja, hinten steht auch wohl ne Kiste Hinten müsste eigentlich ne Kiste jetzt kommen Ich folg ihm jetzt einfach mal Ach, Quatsch In der Zeit, wo er hier herläuft Ich kann einfach mal hier Eisen abbauen Xerox Nightmare DTD Zeig mal, was bist du für ne Gilde Darker than Dust Dunkler als Staub Oder, ne, Dust ist, glaub ich, Nebel Ich verstecke meinen Schatz Damit Ateens ihn nie finden Ne Kiste, ne Kiste Stärke irgendwas, Schulterschutz So stark ist der auch nicht Oh, wow Die Level 14er Fackel ist immer noch besser Ich hab eine dran gehabt für Level 6 Schlecht Richtig schlecht Halt Ich könnte hier oben rausgehen zur Seite Ja Nicht angreifen, sehr gut So, hier müsste auch wieder gleich ein Teleportpunkt sein irgendwo Genau, hier rechts unten Ihr seht ja hier immer Die ESL Guild Wars 2 ESL League Die geht bis Ich glaub bis genau heute Bis zum 26en Gut Für mich ist heute der 26e Für euch halt nicht Aber, ja Ich hab's leider nicht geschafft Ich hab ja, wie gesagt, schon Ich hab ein bisschen nachgeholt Hier ein bisschen Weitläufer Ein paar Kriegermatches Ein paar Wächtermatches Zwei mit dem Ele Hab total abgekotzt mit dem Ele Ele ist einfach nicht so meins Weiß auch nicht wieso Ist zwar lustig zu spielen Und macht eigentlich auch richtig fetzen Elementarmagier zu spielen Aber ich kann ihn einfach Ich weiß nicht Ich kann ihn einfach nicht So High End Skills spielen So wie es manche Leute einfach können Die stellen sich hin und machen alles kaputt Und ich stehe daneben und denke mir so Okay Die Tastatur möchte ich von dem aber auch nicht sehen Weil da gibt's Leute, die Die wechseln so schnell ihre Einstimmung Und haben innerhalb von 10 Sekunden mal Alleinstimmung durch Und dann geht das Ganze von vorne los Und das Beste war Gestern, nachdem ich aufgenommen hatte War ja Gilden Mission Ja, da hatte ich ja Ich glaub Wie geschrieben Dass ich gern mitmöchte Hat ihm das aber Eins, zwei, drei Ich habe ihm das auch mit meinem Charakter geschrieben Dass ich den Jodi hier Und hat er so gedacht Okay Kein Problem Dann hab ich umgelockt auf meinen Baratrum Und bin nochmal von ihm gefragt worden War ja für mich Dachte ich so Ja, kein Problem Kein irgendwas er jetzt für ein Problem Hat er auch gedacht Ja, klar Klar mach ich Mach ich damit Darum bin ich ja hier Und dann irgendwann hat er dann gefragt Hey, ich find den nicht Wo ist denn der Ich hab überhaupt nicht gewusst Was er meint Bis ich dann irgendwann festgestellt hatte Dass er Äh, gemeint hatte Er Er wollte ganz unbedingt Moment, wo ist die Quest Hm, ist die da oben Äh, er hat halt nach dem Charakter gesucht Und hat nicht mehr gewusst Dass der Auch mein Charakter ist Hier ist es toll Wir sollten bei uns auch Elementare zur Arbeit abrichten Boah Das ist doch irgendwie leid Ich bin immer noch leicht Ja, erkältet Hier ist es Hurra, hinein Zu viele protestieren Und das ist doch schön Batanga Dies ist das verborgene Versteck des Arkanen Auges Gor ist ziemlich sicher da drin Sieht eindrucksvoll aus Da reinzukommen und ihn rauszuholen wird ein Problem Wie wollen wir es angehen? Wir schlagen Krawall Wir schwenken Banner und brüllen Gor's Namen so laut wir können Und das Arkanen Auge schnappt uns Sie zerren uns rein und sperren uns ein Bis wir uns beruhigen und versprechen ganz brav zu sein Da habt ihr ein Banner Wedelt damit herum Macht ein bisschen Lärm und sorgt dafür, dass man uns verhaftet Wir zeigen dem Arkanen Auge, was echte Spione drauf haben Okay Für höhere Gerechtigkeit Befreit Gor, sonst pikse ich euch direkt ins Arkanen Auge Was wollen wir? Gor befreien Wann wollen wir es? Gestern Yay Stellt euch dem Feind Freiheit für Gor, Frieden für die Welt Geht jetzt Wir gehen erst, wenn uns ganz Tyrion gehört hat Lasst Gor frei Ihr wart gewarnt Schlappt euch die Holzköpfe und langt ruhig hart zu Für höhere Gerechtigkeit Rückkopplungsschleife gestartet Ich glaube, es ist nicht eigentlich so gedacht, dass die uns hier besiegen sollen Jetzt wird es andersrum werden Für höhere Gerechtigkeit Ist wirklich so, dass wir die besiegen können hier Oh oh Ich zermetzle euch Leute, ihr kriegt uns nicht Rückkopplungsschleife gestartet Ist das egal, ich kann nicht schon Jetzt einfach mal Hallo Oh Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen Jetzt zur Festnahme Versucht ganz natürlich zu wirken Blüblüblüblüblüblüblüblüblüblüblüblü Ich glaub, wir sollten ja außenstehen zum Festnehmen. Wird auch Zeitplattfuß. Ich bin unschuldig. Bissen wir. Wir kommen euch retten. Äh... Unvernünftige Methodik. Ihr seid ja ebenfalls hier eingesperrt. Nein, nein, hier steht mein kleiner Kumpel. Gehört zum klar. Mich hält keine Zelle. Nun tretet zurück und lasst euch beeindrucken. Und sie macht... Kami-hami-han! Ruppt die Tür ein. Da ist unser Ausgang. Los geht's. Ja, ja. Null Toleranz! Korrekt. Null Toleranz! Golems, die rasten. 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 Wer es kennt, darf sich glücklich schätzen. Ähm... Das will ich haben. Eines dieser Terminals muss das Tor stoppen. Hä? Nein, Mist, hier geht's nicht aus, oder? Die hätte schon was gesagt, wenn wir richtig wären. Ich denke mal, alles klar. Da ist der Ping. Tore offen. Wir weg. Zeit zu gehen. Danke. Geile Anweisung. Tore offen. Wir weg. Zeit zu gehen. Jetzt kommt bestimmt dieser Takt. Na schön. Wie habt ihr diese Tür aufgekriegt? Ich habe genau hingesehen und ich habe nichts bemerkt. Betriebsgeheimnis. Wird nur denen verraten, die sich Vollzeit beim Orden der Gerüchte einschreiben. Nur so viel. Wählt die Schlösser, die ihr knackt, sehr sorgfältig. Darf ich kurz unterbrechen? Ich will ja nicht undankbar erscheinen, aber ich kann mich schlecht für meine Rettung bedanken, bevor ich gerettet bin. Ja, ja, ja. Da ist was dran. Zeit zu gehen, Denker. Ich bringe Gorr auf dem längeren Weg zurück, damit uns keiner folgt. Standardprozedur beim Orden der Gerüchte. Wir treffen uns mit euch und Soja und den anderen Orden, dann sehen wir weiter. Bis dann. Tschüss. So. Würde ich sagen, überziehen wir einfach nochmal kurz oder... Ne. Ich bin jetzt schon ein paar Sekunden drüber. Nö. Dann machen wir einfach in der nächsten Folge dann weiter und gucken mal, was dann so rauskommt bei Soja. Und dann ein paar Umfällen zum Ende. Oh, Nüsse. Dann bis zum nächsten Mal. Oh, da will ich gar nicht sehen. Seht ihr das? Ne? Da mag ich nicht. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.